Heutzutage sind öffentliche Gebäude mit Klima- und Lüftungszentralen ausgestattet. Bei diesen Anlagen wird die Außenluft angesaugt und danach über Lüftungsschächte in die entsprechenden Räume transportiert. Gerade im Sommer, wenn die Kühlung gefragt ist, durchströmt warme Außenluft die Lüftungskammer, in der sich ein Kühlregister befindet, an dem Kondensat entsteht. Das Kondenswasser tropft in eine darunterliegende Kondensatwanne und wird dann über einen Auslass abgeleitet. Je nachdem, wo sich das Kühlregister befindet, entweder vor oder nach dem Ventilator in Strömungsrichtung, sprechen wir von einem saugseitigen oder einem druckseitigen Kondensatanschluss. Schauen wir uns einmal die Situation saugseitig an. Hier ist die Problematik, dass sich warme Luft aus dem Aufstellungsraum mit der bereits abgekühlten Luft vermischt und dadurch einen Effizienzverlust verursacht. Eine weitere Problematik ist, dass die Unterdrucksituation das Kondenswasser daran hindert, aus der Kondensatwanne abzurinnen. Die Lösung beider Probleme ist der HL136NT Kondensatsiphon mit integrierter Kugel. Die Kugel im Siphon verhindert, dass Luft angesaugt wird. Der Siphon kann somit volllaufen und das Wasser dann ordnungsgemäß abrinnen. Durch die Kugel im Siphon ist dieser Siphon wartungsfrei und muss nicht manuell befüllt werden. Schauen wir uns das Ganze bei einer Überdrucksituation an. Bei dieser befindet sich das Kühlregister in Strömungsrichtung nach dem Ventilator. Hier liegt die Problematik, dass die bereits aufbereitete Luft über den Kondensatanschluss nach außen gelangt, was wieder zu einem Effizienzverlust führt. Eine Kugel hilft in diesem Fall nicht. Die Lösung ist hier der transparente HL136.2 Kondensatsiphon mit Nachfüllmöglichkeit. Hier ist darauf zu achten, dass die Wassersiphonhöhe auf jeden Fall höher als der Betriebsdruck in der Anlage ist. Sollte die Siphonhöhe zu kurz sein, hat der Siphon keine Funktion, weil ansonsten die Luft aus dem Siphon herausgeblasen wird. Bei druckseitigem Anschluss muss der Siphon immer befüllt sein und muss deswegen regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgefüllt werden. Die Kondensatsiphons dürfen aus Hygienegründen nicht an den Kanal angeschlossen werden, sondern müssen frei auslaufen. Die Hauptfunktion des Kondensatsiphons ist daher nicht der Geruchsverschluss im herkömmlichen Sinn, sondern eine Systemtrennung zwischen der Außenluft und jener in der Lüftungsanlage.